hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video ich würde gerne sagen heute zum thema home assistant aber dazu kommt es leider nicht warum seht ihr später nichtsdestotrotz möchte ich mir mit euch heute gemeinsam das sonoff ns panel einmal etwas näher anschauen beim sonoff ns panel handelt es sich um einen wandschalter von der firma sonoff und ja wir kennen bisher schon die sonoff touch varianten damit habe ich zum beispiel euch ja schon gezeigt wie man diese als jalousiensteuerung nutzen kann da ist ein esp drin lässt sich also auch unter anderem mit esp home oder tas motor flashen und das gilt auch für das ns panel auch da ist ein esp chip verbaut heißt auch das können wir mit unserer eigenen software flashen und es ist auch touch aber es hat eben nicht nur vorgegebene touch flächen sondern es beinhaltet einen 3,5 zoll touchscreen dieser hat eine auflösung von 480 x 320 pixeln und darunter liegen noch einmal zwei taster das heißt dieser schalter ist ein zwei wege schalter also ich habe zwei relais da drin die ich unabhängig voneinander auch ansteuern kann aber ich würde sagen bevor ich jetzt hier groß rumrede schauen wir uns das ganze doch einfach mal an so sieht der karton von innen aus obendrauf findet ihr als allererstes einmal eine bedienungsanleitung diese ist mehrsprachig wenn man das so sagen kann auf der seite hier sehe ich chinesisch und auf der rückseite die kurzanleitung in englisch aber ich behaupte jetzt einfach mal die brauchen wir letzten endes ähnlich ansonsten wer sich mit englisch ein bisschen behelfen kann kann hier mal ein blick reinwerfen ansonsten sind da auch noch mal qr kurz drin und über diesen qr code seid ihr dann ebenfalls in der lage das manual noch mal am pc zum beispiel oder am handy aufzurufen und euch nähere details zu dem ns panel abzurufen holen wir das ganze einmal raus dann sehen wir hier drunter verstecken sich noch einmal zwei schrauben zur montage und ja das war es letzten endes schon mehr ist in der kiste gar nicht drin mehr brauchen wir aber auch nicht so sieht das ns panel auf jeden fall von vorne aus wir haben hier oben unser touch display und darunter liegen unsere zwei taster auf der unterseite finden wir hier noch einmal das thermostat und in der mitte ich bin mir gar nicht sicher ich vermute ein mikrofon keine ahnung kann ich euch nicht sagen wenn wir uns das ganze jetzt mal von der rückseite ansehen dann sehen wir hier diesen viereckigen aufbau also wie man das eigentlich von dem lichtschalter so grob halt auch kennt hier oben haben wir unsere kabelanschlüsse darüber liegt so eine blende diese können wir einfach nach hinten abziehen haben dann hier oben unsere schraubkontakte können hier unsere kabel anschließen und zwar haben wir hier auf den seiten zwei line outs also zwei phasen ausgänge eben für jeden taster oder für jedes relais einen ausgang und hier an dem rand oben da wird einmal der neutralleiter angeschlossen und die phase also der ankommende strom eigentlich wie ein normaler lichtschalter also wir haben phase rein und phase raus in dem fall halt zwei phasen raus die eben von dem gerät geschaltet werden können und das war es auch schon was wir hier an anschlüssen zur verfügung haben was ich an der stelle auf jeden fall noch erwähnen sollte ist das standard einbaumaß von unseren unterputz dosen hier in deutschland sind 60 millimeter dosen das ist zwar hier eine eu variante aber hier hinten der umfang sind 62 63 millimeter das heißt in den standard dosen die in den wänden eingeputzt werden wird dieser schalter höchstwahrscheinlich nicht passen ohne dass man die dose da zumindest hier an den ecken irgendwie entfernt mit meißel wie auch immer also das ist definitiv ein großer nachteil aber wenn ihr stellwände habt wo ihr die hohlwand dosen habt da solltet ihr keine probleme haben also in diese orangen unterputz dosen müsstet ihr diesen schalter problemlos reinkriegen ich würde sagen wir schließen diesen schalter jetzt einfach mal an den strom an und schauen mal was das gerät so zu bieten hat ich stecke also jetzt hier mal den stecker in die steckdose und dann seht ihr jetzt hier auch schon das panel fährt hoch das sonoff logo kommt und hier sind wir jetzt auch schon im pairing modus heißt hier steht auch jetzt drunter please add device with bluetooth pairing in ew link app die ew link app die habe ich auch schon hier auf meinem smartphone installiert blende ich euch jetzt hier an der stelle auch direkt mal ein und wir koppeln jetzt das ns panel mal mit dieser app dafür klicke ich hier auf neu er hat uns ja schon gesagt wir sollen das bluetooth pairing verwenden also klicken wir jetzt hier auf bluetooth verknüpfung bestätigen unten dass der indikator blinkt und sagen weiter dann zeigt er uns hier auch schon das gerät wir klicken auf verbinden dann listet er uns hier in der app alle verfügbaren wlan auf ich wähle das entsprechende wlan aus durch meinen letzten test steht hier das wifi passwort schon drin also klicke ich einfach nur noch auf speichern so und die verbindung ist abgeschlossen wir sehen das panel initialisiert sich und wir befinden uns auch schon auf dem startbildschirm des ganzen auf dem handy haben wir jetzt gerade auch schon gesehen dadurch dass ich die alexa app schon mit der ew link app gekoppelt habe hat er jetzt hier auch direkt gemeldet dass er zwei neue geräte gefunden hat und zwar unseren kanal 1 und den kanal 2 von unserem ns panel das können wir uns ja auch mal eben direkt ansehen und zwar gehen wir hier mal in die alexa app schauen mal was er hier neues gefunden hat ich scrolle mal ein bisschen runter und dann sehen wir jetzt hier ns panel und ns panel outlet 2 wenn ich jetzt hier zum beispiel mal auf ns panel outlet 2 gehe und ich klicke jetzt hier drauf dann sehen wir hier schaltet der zweite kanal ein schalte ich wieder aus geht der zweite kanal wieder aus das heißt unser ns panel ist jetzt schon mit unserer alexa gekoppelt und wir könnten es jetzt per sprache auch bedienen gehen wir aber wieder zurück in die ew link app sagen hier jetzt einfach mal fertig und sehen jetzt hier dass unser ns panel auch schon integriert ist wenn das display nummer an machen dann sehen wir kann ich jetzt auch hier beide kanäle ein und ausschalten das zeigt er uns am unteren bildschirmrand auch immer an welcher kanal gerade aktiv ist genauso können wir hier unten über die beiden taster natürlich ebenfalls die kanäle schalten er zeigt uns hier das wetter an inklusive der temperatur und hier haben wir auf der rechten seite eine zweite temperatur und das ist die temperatur die mit dem thermostat welches sich hier an der bildschirmunterseite befindet ermittelt wird hier oben rechts haben wir noch eine uhrzeit wenn wir jetzt einmal weiter swipen dann haben wir hier eine seite auf der wir widgets platzieren können das schauen wir uns gleich auch mal eben grob an und wenn wir die andere richtung wischen auf dem display sehen wir haben wir hier die möglichkeit ein thermostat in der ew link app zu konfigurieren ich würde sagen wir schauen uns jetzt diese funktionalitäten die das panel mit liefert einfach mal an dafür gehe ich in der app einfach mal auf das ns panel hier sehen wir noch mal die beiden kanäle die wir hierüber auch wieder schalten können sobald ein kanal an ist wird das ganze weiß ist alles aus ist der hintergrund schwarz ja und hier unten haben wir vier möglichkeiten zur konfiguration und zwar einmal können wir hier sagen thermostat zeitplan zeitschaltuhr oder wiederkehrende timer das heißt wir haben ja einmal die möglichkeit eine heizungssteuerung zu hinterlegen und dabei haben wir sowohl die möglichkeit ein heizgerät als auch ein klimagerät darüber zu steuern und wir haben drei verschiedene möglichkeiten automatisierungen auf unterschiedlichen arten von zeitangaben zu definieren schauen wir einfach mal rein und zwar als erstes mal in den menüpunkt thermostat da müssen wir jetzt als erstes mal das gerät auswählen in meinem fall ist das recht einfach ich habe nur dieses panel also sagen wir ns panel wir sagen mal den kanal 1 möchten wir als heizgerät definieren ich sage also hier weiter und dann fragt er uns handelt es sich um einen heizer oder ein kühlgerät wir sagen was ist ein heizer so und dann müssen wir nur noch hier unten die heizungssteuerung einmal aktivieren und dann sehen wir hier können wir hier die zieltemperatur angeben er misst hier im raum gerade 22 grad dieses thermostat liefert immer einen etwas höheren wert als der raum wirklich ist das lässt sich zurzeit auch noch nicht kalibrieren diese kalibrierungsmöglichkeit soll aber mit dem nächsten update wohl kommen nichtsdestotrotz wir haben hier gerade gemessene 22 grad wir sagen ihm 26 grad ist unsere zieltemperatur also hat er jetzt hier das relais also den kanal 1 eingeschaltet regeln wir das ganze jetzt runter sagen wir mal auf 18 grad dann schaltet er automatisch den kanal 1 auch ab weil er sagt okay die 18 grad sind erreicht wir haben es schon wärmer muss ich nicht mehr aufheizen also schalten wir den heizlüfter ab wenn ich jetzt hier noch einmal rüber wische dann sehen wir haben wir hier jetzt auch nicht mehr nur diese meldung sondern dadurch dass hier der heizungsmodus aktiviert ist können wir jetzt hier auf dieser seite eben auch diese einstellungen vornehmen heißt ich kann jetzt auch hier auf dem panel selber 27 grad zieltemperatur einschalten und er regelt automatisch jetzt auch wieder den kanal 1 und schaltet diesen eben ein deaktivieren wir die heizungssteuerung mal wieder und kommen jetzt mal zu den automatisierungen und zwar fangen wir an mit dem zeitplan hier haben wir die möglichkeit einmal auf uhrzeit und wochentag basiert schaltvorgänge zu definieren das heißt hier oben können wir jetzt eine uhrzeit auswählen bei wiederholen können wir sagen an welchen wochentagen das ganze ausgeführt werden soll und dann können wir hier unten halt noch sagen kanal 1 und kanal 2 ein aus oder beibehalten die zweite möglichkeit ist die zeitschaltuhr wie man das mit diesen drehrad zeitschaltuhren von den steckdosen kennt hier können wir jetzt die angabe von stunden und minuten machen also eine dauer angeben und was nach dieser dauer dann passieren soll also ein oder ausschalten auf dem jeweiligen kanal dann gibt es noch wiederkehrende timer die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig verstanden aber hier haben wir auf jeden fall schleifen methoden wiederholen oder alternativ dann können wir hier auch wieder eine dauer angeben können hier sagen ob wechseln an oder ausgeschaltet ist wir können sagen wann soll dieses intervall starten wählen noch einen kanal aus und können das ganze aktivieren oder deaktivieren bei diesen drei automatisierungen kann man jeweils mehrere automatisierungen hinterlegen ja und das war es eigentlich so an grundfunktionalität von dem ns panel was wir hier konfigurieren können wenn wir jetzt oben auf die drei punkte gehen kommen wir noch in ein untermenü für die einstellungen da sehen wir jetzt erstmal können wir dem gerät einen namen geben dann seht ihr aktuelle version 1.1.0 ausgeliefert wird mit 1.0.4 oder sowas da habe ich also schon ein update drauf gemacht wenn dann eine neue version rauskommt könnt ihr das genau hier in diesem menü wo jetzt gerade steht neueste version steht dann update verfügbar oder sowas und da klickt ihr einfach drauf und könnt dann das panel darüber updaten dann könnt ihr hier über standort zuweisen das ganze noch einem raum zuweisen und so also die leute die die ew link app nutzen die werden solche features kennen ansonsten man kennt es auch von alexa dass man so das ganze in räume gruppieren kann etc wir können hier auch gruppen erstellen um eben geräte zu gruppen zusammenzufassen um diese auch gemeinsam schalten zu können da ich nur das eine panel habe funktioniert das bei mir eh nicht also gehe ich da jetzt auch nicht weiter darauf ein dann haben wir hier ein menüpunkt logs wo man sehen kann wann welcher kanal geschaltet wurde wir haben noch mal den einschaltstatus wo wir noch mal sehen dass beide kanäle gerade ausgeschaltet sind noch mal die zeitintervalleinstellung und dann der punkt verriegelung verriegelung kennen wir aus meinem letzten video zu jalousien noch und zwar haben wir darüber die möglichkeit die beiden kanäle gegeneinander zu sperren das heißt ich kann immer nur einen kanal gleichzeitig aktivieren wie gerade schon gesagt das macht sinn bei jalousien weil der motor darf eben nicht gleichzeitig strom für rauf und strom für runter bekommen und das können wir eben verhindern indem wir die verriegelung aktivieren dann können wir hier noch die temperatureinheit auswählen und dann gibt es hier den menüpunkt widgets bei widgets haben wir jetzt die möglichkeit hier den reiter auf der rechten seite also diese seite hier zu konfigurieren voraussetzung ihr habt mehr geräte in der ew link app denn ihr könnt hier als widgets nur geräte hinterlegen die auch in der ew link app installiert oder eingerichtet sind eingerichtet werden können hier hohe geräte oder natürlich auch sonoff geräte und ja alles was ihr dann in der ew link app drin habt an geräten könnt ihr dann als widget hier auf dieser seite platzieren und darüber dann auch schalten wer also eine hohe bridge nutzt und auch ein hohe account hat um die geräte über die cloud zu steuern der kann diese geräte hier auf dem display platzieren und wenn das dann zum beispiel eine rgw birne ist habt ihr hier auch die möglichkeit nebenan und aus natürlich auch die farbsteuerung hier am display vorzunehmen wie gesagt das kann ich euch leider nicht zeigen da meine geräte alle nur direkt im home assistant hängen ich arbeite nicht mit bridges ich arbeite nicht mit cloud und von daher funktioniert das ganze bei mir leider nicht mqtt oder ähnliches sucht mal hier vergebens offene apis gibt es nicht also es geht alles nur über diese app dann haben wir noch bildschirmeinstellungen da gibt es einen energiesparmodus und dann gibt es noch mal einen standort über die standort angabe da weiß das panel dann hinterher welches wetter es abrufen muss für welchen standort welche uhrzeit und welche temperatur angaben ja und das war es letzten endes auch schon mit den einstellungen mehr gibt das gerät hier auch nicht mehr her wenn wir hier mal sagen konto verknüpfen dann seht ihr hier amazon alexa und google home sind kompatibel also beide sprachassistenten könnt ihr an dieses gerät koppeln oder andersrum dieses gerät an die sprachassistenten koppeln um es darüber zu steuern philips huhe ist ebenfalls wie gerade schon genannt auch kompatibel und timol genie sagt mir persönlich nichts ja und das war es an der stelle schon vielmehr kann ich euch zu diesem panel gar nicht sagen vielmehr gibt es da glaube ich auch zurzeit gar nicht zu zeigen ich weiß nicht was noch geplant ist was sich da in nächster zeit noch entwickeln wird softwareseitig also ich gehe davon aus dass sonoff schon noch die ein oder andere integration nachliefern wird das gerät ist ja nun mal gerade im dezember erst ausgeliefert worden ich habe mich bei kickstarter bei der unterstützung ja beteiligt habe dadurch das gerät auch im dezember erhalten aber ich muss sagen ich war sehr euphorisch mit dem gerät als solches hardwareseitig bin ich auch voll zufrieden das ding ist super verarbeitet die hardware tut absolut was sie soll aber ja von der software hätte ich mir ein bisschen mehr offenheit gewünscht weil wie gesagt also für mich ist es jetzt eigentlich nur ein teurer lichtschalter mit das display ist für mich nicht mehr als beleuchtung also eine uhrzeittemperatur ja schön und gut aber dafür jetzt 50 euro also für mich ist es eigentlich ein lichtschalter mit einer zeitschaltuhr und dafür mehr als 50 euro auf den tisch zu legen ja doch schon eher leider etwas enttäuschend aber nichtsdestotrotz ich habe es mir ja gar nicht dafür geholt um das gerät im auslieferungszustand zu betreiben das war nie mein plan und insofern bin ich immer noch absolut zufrieden und bereue den kauf nicht denn das ganze gerät basiert auf einem esp und ihr kennt mich ihr habt meine letzte tutorial serie wahrscheinlich auch schon gesehen und natürlich kommt auf dieses panel auch bei mir esp home drauf und das wird es sein womit ich mich in den nächsten wochen mal intensiv auseinandersetzen werde das heißt da muss ich mich jetzt erstmal einarbeiten denn es handelt sich hierbei um ein nextion display die sind etwas besonders was die handhabung angeht aber da muss ich mich wie gesagt jetzt erst einmal einarbeiten aber da werde ich euch auf jeden fall auf dem laufenden halten wenn euch das interessiert und ihr nichts verpassen wollt lasst auf jeden fall ein abo hier auf dem kanal da denkt dran auf die glocke zu klicken damit ihr auch eine benachrichtigung kriegt wenn ich ein neues video hochlade und ich hoffe auf jeden fall ich habe euer interesse geweckt ich bin auf jeden fall mega gespannt was ich da jetzt so alles auf die beine gestellt kriege in den nächsten tagen was alles so noch möglich ist mit dieser hardware ich werde euch da auf jeden fall auf dem laufenden halten und noch das ein oder andere video auf jeden fall mit diesem panel machen seid also gespannt ich bin es auf jeden fall für dieses video soll es das auf jeden fall an der stelle erst mal gewesen sein ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch lasst mich auch gerne mal in den kommentaren wissen was ihr von dem panel haltet hat es eure erwartungen erfüllt oder seid ihr auch etwas enttäuscht habt ihr es vielleicht auch jetzt gerade das erste mal zu gesicht bekommen und kanntet es bisher gar nicht schreibt es mir mal gerne in die kommentare würde mich mal interessieren ansonsten würde ich sagen von meiner seite aus war es das an dieser stelle ich verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao ciao